Willkommen zurück, liebe Leute, zu Yo-Kai Watch. Wir befinden uns zu Hause und wir sehen, es gibt einen schrecklichen Ehekrach zwischen den Eltern von... Wollo. Name immer noch unbekannt. So, das scheint der Yo-Kai gerade gewesen zu sein. Ich habe ihn genau gesehen. Ich habe ihn doch genau gesehen. Mach mal die Linse auf hier. Ich habe ihn nämlich genau gesehen. Ja, 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 der Eklige. Als ob er sich vor uns verstecken kann, ne? Ist mir überhaupt klar, dass ich ein fucking Yo-Kai-Team habe? Tristin gefunden. Ja, dann erzähl mal, Tristin. Was ist los mit dir? Warum machst du das? Ähm, Entschuldigung? Hallo? Hallo, Schätzchen? Du kannst mich sehen? Tatsächlich? Ja, ich habe diese Uhr, womit ich in der Lage bin. Oh, habe ich dir den Eindruck vermittelt, das würde mich interessieren? Wie kann ich dir helfen, Schätzchen? Du würdest doch keine Lady auf die Straße setzen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich meine, ähm, vielleicht? Ich denke, in diesem Fall müssen wir wohl etwas direkter sein. Wer nicht hören will, muss fühlen. Aber was willst du damit sagen? Du willst gegen sie kämpfen? Du würdest doch niemals die Hand gegen eine Lady erheben, oder? Oder würdest du, Schätzchen? Naja. Erlaubt mir, euch zur Seite zu stehen. Macht euch bereit, Bösewicht. Ich lehre euch das Fürchten mit der Kraft von einem Dutzend Zikaden. Es ist zwecklos. Sie ist ziemlich stark. Erledigt mit einem Schlag. Wenn Zikade hatte nicht den Hauch einer Chance. Bist du fertig, Schätzchen? Ich bin zur Zeit nämlich sehr beschäftigt. Sie ist zäher, als ich dachte, wir müssen wohl nur zu Plan B übergehen. Lass uns so schnell wie möglich verschwinden. Du willst einfach weglaufen? Wir brauchen mehr Yo-Kai-Freunde, um sie zu besiegen. Wir sollten uns mit mindestens drei weiteren Yo-Kai anfreunden. Halte dein Radar im Auge. Lass uns nach draußen gehen und uns umsehen. Alter, die geile Yo-Kai-Jagd beginnt. Manchmal wollen Yo-Kai deine Freunde werden, nachdem du sie besiegt hast. Aber mit einigen Yo-Kai wirst du dich nicht so einfach anfreunden können. Ihr Lieblingsessen kann Yo-Kai im Kampf freundlicher machen. Gibt fünf Yo-Kai in dein Team auf. Neue Aufgabe. Okay. Dann wollen wir mal gucken, ob wir irgendwo geile Yo-Kais finden. Oh, Wollo, eins noch. Was denn? Da du nun gegen mehr Yo-Kai kämpfen wirst, brauchst du vielleicht diese hier. Pflaumenreißball. Geil, dreimal. Du kannst ja auch im Supermarkt bekommen. Okay, lieber auf Nummer sicher. Äh, sieh dir deine Items im Inventar an. Dort kannst du Essen und Werkzeug auswählen, das du benutzen möchtest. Füttere deine Yo-Kai bei niedrigen LP mit Essen, um LP wiederherzustellen. LP steht übrigens für Lebenspunkte, meine Freunde. Lebenspunkte. In Lenzhausen gibt es viele Läden, die unterschiedliche Items verkaufen. In der Bäckerei Brätsch gibt es zum Beispiel verschiedene Brotsorten. Im Imerda-Markt kannst du neue Items kaufen und überflüssige verkaufen. Kaufe Lieblingsessen verschiedener Yo-Kai und freunde dich mit ihnen an. Okay. Warum nicht? So, hier scheint es irgendwo ein Yo-Kai zu geben. Wenn wir hier mal mit der Linse rumgucken. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder so. Fühlst du dich auch rein des Yo-Kais in der Nähe? Okay. Steckt er sich hier irgendwo im Baum? Am Baum? Ja. Da war er doch gerade. Da, 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 da. Den habe ich auch schon des Öfteren irgendwie auf Bildern gesehen. Kollege? Ich glaube, ich habe mich noch gerade so erwischt, Mann. Gefunden Miesmücke. Ja, die Miesmücke, die kennt man doch, oder? Miesmücke greift an. Ohne großes Rumgelaber. Das finde ich gut. Miesmücke hat Verstärkung. Stell dir, Peter, der Verbündung wieder her, indem du sie unterhaben mit Item für das Jahr. Gibst du gegnerische Yo-Kais essen, können sie deine Freunde werden. Geil. Aber vergiss nicht, dass jeder Yo-Kai seine Vorlieben und Abneigung hat. Du kannst nur ein Item pro gegnerischen Yo-Kai verwenden. Ähm. Der hat zwei Vinci-Kardos dabei. Wir werden doch erledigt, oder? Wir kämpfen jetzt einfach mal. Geben auch direkt Ulti-Seel hier. Antippen. Alter, ich sehe das doch gar nicht so gut. Ihr seid ja drauf. Aufgeladen, gib ihm. Hau raus, das Rumgeheule. So, ich versuche jetzt mal ein Item. Gegnern geben. Vielleicht mag er es ja, ne? Okay, dann hauen wir noch bei Vinci-Kardo. Unsere Super-Attacke raus. Und hoffen wir aufs Beste. Komm, der Zipulär-Schnitt, der wird doch hier, der haut doch rein, haut doch rein. Das sehe ich doch. Perfekt. So. Und wir hatten ihn ja gefüttert. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, das klappt, oder? Weil da müssen wir noch so ein bisschen tatsächlich reinkommen. Tempo-Talisman bekommen, okay. Ah, da kommt er. Miesmücke nähert sich dir. Gegendlich kann ich nicht gewinnen. Also lass uns Freunde sein. Mit Miesmücke an, Freunde. Unbedingt. So grumpy Leute, finde ich gut. Du hast dich mit Miesmücke angefreundet. Perfekt. Nee, weiterhin kein Name. Das passt schon. Jetzt ist die Frage, habe ich danach wieder volle Energie? Du hast die Joka-Medaille für Miesmücke erhalten. Nice. Du hast die Joka-Medaille für Miesmücke erhalten. Gut, dass man mir das noch ein zweites Mal sagt. Weil beim ersten Mal war es mir noch nicht ganz offensichtlich. Joka, wir kämpfen von selbst, indem sie vier Kampfstrategien benutzen. Diese Strategien sind Attacke, Technik, Blocken und Besehlen. Manchmal trödeln sie auch rum, wenn das passiert, über dich in Geduld. Ganz zähl, bevor du Hilfe zu Kämpfern ansehen, okay. Hallo. Vielleicht mache ich eine Pause. Vielleicht solltest du das tun. So, die Frage ist doch jetzt, die wir uns wirklich stellen. Muss ich gerade jemanden heilen? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe hier Nutzen. Alter, die haben voll keine Energie mehr. Die haben ja voll keine Energie mehr. Also müssen wir theoretisch, wir müssen theoretisch auch schon einkaufen gehen und sowas. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wo ist denn dieser Laden? Ich sehe da irgendetwas, was ein Laden sein könnte. Das ist ein Laden, oder? Oder ist das unser Zuhause? Ups. Nee, nee, das ist nicht unser Zuhause. Ist das unser Zuhause? Wer ist das? Oh, hallo. Wolltest du zu Katie? Nee. Such den Laden. Warte mal. Ich meine, mir wurde gesagt, Darker zuhinden und Darker zuhinden. Aber wenn mir dann noch einer sagt, wo diese Läden auch sind, ne? Die sind auf der Karte jetzt nicht unbedingt. Achso, ich kann ihn noch größer machen. Loll. Okay. Das hilft mir jetzt nicht. Ich schätze mal da oben, ne? Ich schätze mal da oben. Wir gehen mal dahin. Vielleicht sind wir auf dem Weg ja auch noch Yokai. Und es sieht... Ah, nee, nee, nee. Ich glaube da. Hier so in dieser Gegend. Aber wir gehen erstmal in den Laden. Das kriegen wir noch in den Part unter. Müssen wir einmal kurz shoppen gehen. Ich weiß, die ersten Parts waren jetzt so ein bisschen Tutorial-mäßig. Aber ich denke mal, das geht dann auch bald los. So richtig. Hm. Hm. Okay. Wir kommen in den Bermedermarkt. Wir haben alles. Ich kann auch betonen. Alles. Okay. Geben wir mal ein Euro. Seid ihr denn... Seid ihr denn... Wollt ihr mich verarschen? Seid ihr... Das ist doch... Das ist ja Wucher. Ich meine, ich verdiene hier so gut wie gar nichts. Also wirklich gar nichts. Das ist ein Problem. Das ist ein wahres Problem. So, wo wäre denn der nächste Yokai? Hier irgendwo. Aber Freunde, ich würde sagen, den nächsten Yokai... Den finden wir dann... Oder der ist im Laden. Wollte man mit dem was machen? Wo ist es eigentlich mit dem Typen da im Laden? Jetzt mal. Was ist das hier? Nach Kämpfen für Aoki. Dieser Yokai wieder auf. Ah. No, okay. Es geht jetzt zu ihm, um da die Yokai zu regenerieren. No, die Yokai-Medaillen wechseln. Das Tagebuch aufrufen. Ei, ei. Für seine Yokai wurden wieder... Aha. Ne, das war's. Okay. Ich dachte halt gerade, wirklich. Ich muss mir die Dinger jetzt immer kaufen. Und es gibt sowas wie das Pokémon Center nicht. Aber das hier scheint das Pokémon Center zu sein. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Weil... Sonst gibst du das Geld halt echt unnötig aus. Und kommst in die Bredouille. Aber, liebe Leute, im nächsten Part geht die Geschichte dann weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und hatten Spaß. Bis dann. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.